In diesem Video zeige ich dir das packende Zahnlegespiel Blumen, damit du direkt starten kannst zu spielen. Los geht's! Bei Blumen versuchst du mit deinen Zahlensteinen möglichst viele Blumen rauszulegen. Aber Achtung, denn die Punkteplättchen sind begrenzt und auch deine Mitspielenden warten nur auf deine Steine, um Schluss zu machen. Lege deine Reihen also zum richtigen Zeitpunkt und ernte die meisten Punkte. Für den Spielaufbau platziere die Auslagetafel gut erreichbar in der Tischmitte, lege alle Wertungsplättchen ihren Werten entsprechend auf die Tafel und lege einen Jokerstein auf ein beliebiges der vier Jokerfelder. Mische die restlichen Steine gut durch, diese bilden die verdeckte Auslage. Platziere dazu die Steine entweder verdeckt auf dem Tisch oder lass sie im Beutel, um Platz zu sparen. Für die offene Auslage ziehe nun aus der verdeckten Auslage zufällig Steine und platziere diese offen auf der Tafel. Ziehe nun für deinen eigenen Vorrat 13 Steine aus der verdeckten Auslage und stelle diese vor dir auf. Lege abschließend noch einen Stift und ein Blatt Papier bereit und schon kann es losgehen. Bist du am Zug, musst du genau eine der folgenden drei Aktionen durchführen. Erstens ziehe ein bis zwei Steine aus der verdeckten und oder der offenen Auslage und stelle diese in deinen Vorrat. Fülle anschließend alle Lücken aus der offenen Auslage mit Steinen aus der verdeckten Auslage. Solltest du dabei einen Joker ziehen, lege diesen stattdessen auf eines der vier Joker Felder. Damit endet dein Zug und die nächste Person ist an der Reihe. Möglichkeit 2, du legst eine Reihe aus. Dabei besteht eine Reihe immer aus mindestens drei Steinen. Die Reihe darf Lücken mit einer Differenz von maximal zwei aufweisen. Außerdem kann eine Reihe auch über 100 hinausgehen. Immer wenn du eine Reihe auslegst, darfst du dafür auch Steine aus einer bereits ausliegenden Reihe rauben. Nimm dazu ein bis zwei Steine aus einer ausliegenden Reihe und lege diese mit deinen Steinen als neue Reihe aus. Beachte, dass die neue als auch die alte Reihe den Reihenregeln entsprechen muss. Mindestens drei Steine und Lücken mit einer Maximaldifferenz von zwei. Hast du eine Reihe ausgespielt, dann darfst du diese werten. Zähle dazu alle Blumen in deiner Reihe zusammen und nehme dir das entsprechende Punkteplättchen von der Tafel. Sollte das passende Punkteplättchen bereits fehlen, dann nehme das nächstniedrigere bzw. verfügbare vom Spielfeld. Damit ist die nächste Person an der Reihe. Die dritte Möglichkeit ist Steine anzulegen. Dazu legst du eine beliebige Anzahl an Steinen aus deinem persönlichen Vorrat an genau eine bereits ausliegende Reihe an. Für das Anlegen von Steinen erhältst du keine Punkte, kannst aber so Steine, die du nicht benötigst, einfach loswerden. Damit endet dein Zug und die nächste Person ist an der Reihe. Wie bereits gesehen können die vier Joker im Spiel sehr hilfreich sein. Wie du diese bekommst, das zeige ich dir jetzt. Spielst du eine Reihe mit genau drei Steinen ohne zu klauen aus, dann darfst du dir einen Joker von der Auslagetafel in deinen persönlichen Vorrat stellen und diesen ab der nächsten Runde verwenden. Alternativ kannst du zu Beginn deines Zuges einfach einen Joker in einer bereits ausliegenden Reihe durch einen passenden Stein aus deinem persönlichen Vorrat ersetzen. Da das nicht als Zug gilt, darfst du diesen Joker sofort für das Auslegen einer neuen Reihe verwenden. Zu guter Letzt kannst du natürlich mit ein wenig Glück auch Joker aus der verdeckten Auslage ziehen und diese in deinen Vorrat stellen. Die aktuelle Runde endet sofort, sobald du deinen letzten Stein platziert hast, beziehungsweise keine Steine mehr in deinem persönlichen Vorrat hast. Anschließend kann die Runde gewertet werden. Zähle dazu einfach alle Wertungsplättchen, die du gesammelt hast, zusammen. Solltest du nach Rundenende immer noch Steine in deinem persönlichen Vorrat haben, dann zählen alle abgebildeten Blumen Minuspunkte. Für Joker erhältst du aber keine Minuspunkte. Zücke nun Stift und Zettel und schreibe die Punkte entsprechend auf. Blumen wird immer über zwei Runden gespielt, das heißt Steine zusammensammeln und eine zweite Runde kann beginnen. Nach der zweiten Runde endet die Partie. Rechne für die Endwertung, einfach deine Ergebnisse aus der ersten und zweiten Runde zusammen. Solltest du jetzt die meisten Punkte geerntet haben, dann gewinnst du die Partie von Blumen. Damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Wenn dir das Spiel gefallen hat, schreib es uns gerne in die Kommentare. Ciao, bis zum nächsten Mal.